Moin Leute! Willkommen zur... was ist das jetzt? April Luches. Sie ist da. Kommt ein bisschen verspätet. Ähm, kann man mal abgesehen. Erstmal, sie kam. Ihr wisst ja, ich habe dieses Abo nicht bestellt. Das hat mein guter Kollege Thilo gemacht, war ein Geburtstagsgeschenk. Ich dachte es kommt nur eine, aber es kommen irgendwie immer mehr. Thilo, nochmal vielen vielen Dank auch wieder für diese Box. Du Irrer. Und ich spann euch jetzt, euch und mich, gar nicht weiterhin auf die Folter. Ich will wissen, ob drin ist. Wenn man denn blöde ist. So, ich nehme das T-Shirt, was oben drauf ist, erstmal raus, weil ihr wisst, das mache ich immer als letztes. Als erstes haben wir World's Best Daddy Karte von Bioshock. Sehr cool. Happy Father's Day 1989. Stimmt, wir haben auch bald Vatertag. Wenn mein Vater jetzt ein Zocker wäre, also mein Stiefvater, mein Erzeuger war's. Er hat sogar Bioshock gezockt, glaube ich. Aber mit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Sonst wäre das eine cooler, äh, coole Sache. Dann haben wir Feed the Beast, äh Feed the Beast, viel, auch sehr geil. Feed the Beast hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon in der Luchest. Ähm, eine Blumenwiese. Sehr cool. Wir sind ja sowieso so eine, so eine Naturfreunde. Und wir haben ja auch selber, äh, Bienen. Und, boah. Ich glaube, Tilo und ich werden uns prügeln um ein, zwei Sachen. Wir haben einen Fallout 76 Schlüsselanhänger. Würde ich jetzt mal so sagen. Bethesda. Letztzeit Trading. Made in China. Ich sehe diese mega geile Pop-Up-Figur. Und jetzt schon. Und, aah. Die kriegst du leider nicht, Tilo. Backpack Hangers. Ah, für den Rucksack. Für den Rucksack haben wir, ich packe es dann natürlich auch gleich mal aus. Fallout 76. Das mega gelungene Spiel von Bethesda. Schlagt mich bitte nicht. Also, ich habe da mal reingezockt. Also, ich fand es jetzt gerade nicht so, fuck ja. Ich glaube, es ist aber, ich habe nur mal reingezockt. Das war so ein, umsonst Wochenende. Ähm. Wir haben so ein. Ist das einigermaßen scharf? Ich denke schon. Warte mal, ich habe meine Dinge gar nicht. Also, wenn man nicht an alles denkt, ne? Jetzt seht ihr es, glaube ich, besser. Coole, kleine Figur für den Rucksack. Star Wars Tiny Tin Pocket Pails Serie 1. Ähm. Ist so eine kleine Verpackung. Ein bisschen wie so ein Koffer aufgebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir an den Inhalt ohne. Warte ja Putze machen. Ah, oh shit. Ich müsste es aufschneiden. Das würde ich jetzt ungerne machen, weil es so zugeklebt ist. Dann wäre es eine Überraschung irgendwie, aber... Small boxes, big heroes. Ich mache es auf. Wir wollen ja sehen, was drin ist. Oh nein, er hat das Siegel geöffnet. Okay. Wir haben auch hier einen, wirklich einen kleinen Koffer drin, mit Yoda drauf. Oh Gott, ja, dann machen wir es halt auf. Ich meine, das ist eh so eine Figur, die würde ich mir wahrscheinlich sogar hinstellen. Ich bin jetzt kein, nicht der, der, der mega Star Wars Kenner. Also, ich bin da jetzt kein Profi drin, aber ich mag die Marke schon. Ähm. Ich habe natürlich auch alle Filme gesehen und so. Also, ich zeige jetzt erst mal diesen kleinen Mini-Koffer. Machen wir es mal wieder so. Ne? Damit es auch scharf wird. Mini-Kleinen-Koffer. Wir haben auf der Seite den Millennium Falcon. Wir haben hier den guten Yoda. Jetzt würde ich das gerne mal aufmachen. Was ist das? Wie the Force Beam with you. Ist das ein Radiergummi oder was? Im Endeffekt haben wir hier jetzt, sieht das aus wie eine fette Radiergummi-Kanonkugel. Wo im Endeffekt Darwars draufsteht. Yoda haben wir noch. Ich gehe noch mal ein bisschen dichter ran. I don't know what it is. Ich packe es wieder weg. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich glaube ich, die werde ich verschenken zum Vatertag. Da mein Vater meine Videos nicht guckt, weiß er nicht, dass ich ein James Bond-Becher bekommen habe. Mega geil. Schön mit Druck hier, 007. Ich bin nicht der größte James Bond-Kenner. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch so die neueren Filme überhaupt nicht geguckt. Weil ich schon zu viel gehört habe, einfach, dass die Filme mit Daniel Craig ein bisschen andere Tonalität haben. Ist geil. Ist auch richtig schwer, das Ding. Ihr könnt mir jetzt bestimmt wahrscheinlich in den Kommentaren sagen, was das für ein Emblem ist. Welcher Film oder so. Das weiß ich jetzt leider nicht. Wie gesagt, dafür bin ich bei James Bond nicht genügend drinnen. So, wir kommen jetzt zu einer Pop-Up-Figur, die Tilo bestimmt haben will, aber nicht kriegen wird. Und zwar ist es Claptrap. Aus Borderlands 3. Claptrap Distress. Mega geil. Also ich bin ja mittlerweile auch immer mehr Fan von diesen Funko-Pops. Und ich mag die. Und ich sammle die auch mittlerweile immer mehr. Und ich will mir auch noch welche bestellen, die ich vielleicht so sonst nicht kriegen würde. Weil in den Loot-Chests kommen ja doch immer eher so welche, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind. Jetzt kommen wir zu einem mega geilen T-Shirt wahrscheinlich. Wir sind wieder im Star-Wars-Kosmos. May the Force be with you. Möge die Macht mit dir sein. Ja, wir haben so einige Referenzen. Das ist irgendwie da. Wir sehen Darth Vader. Wir sehen TIE Fighter. Und wir sehen die Todesstern. Wir sehen Kylo Ren. Und wie sie alle heißen. Alles da. Im Endeffekt. Und sehr cool. Geiles T-Shirt. Mag ich. So wieder schwarz. Warum immer schwarz? Man weiß es nicht. Wir gehen einmal durch. Würde ich sagen. So hier. Da los. Ist ja meistens so. Die letzte Woche ist als Poster mit drin. Wo geht es denn los? So, da geht es los, oder? Ja. Erstes. Das T-Shirt. Star Wars 15 Euro. Dann haben wir Claptrap. Auch 15 Euro. Sind wir bei 30. Hätten wir die Luchess Plus schon wieder raus. Als Preis. Nur mal so. Für die Leute, die das interessiert. Dann haben wir nochmal 8 Euro dazu. Sind wir bei 38. Also 8 Euro der der kleine Freund hier. Der Fallout-Hänger. 38 war ich. Dann sind wir bei 46 jetzt. Weil nochmal 8 Euro das Star Wars Ding hier. Brauchst du einen neuen Koffer für deine nächste Urlaubsreise. Wenn du wirklich, wirklich einschränkst bei der Klamottenauswahl könntest du den nur als dein neuer Begleiter werden. Auf jeden Fall ist es einfach niedlich. Tiny Tin. Ja, keine Ahnung. Was habe ich gesagt? 46. Postkarte ist natürlich gratis. Die Saat ist auch gratis. Und dann kommen auf die 46 nochmal das Plus. Das gibt ja die normale Luchess. Dann hättet ihr jetzt das 007 Ding nicht. Da kommen nochmal 13 Euro mit drauf. Wenn wir bei 59 Euro wert der Box bei einer Ausgabe von ich glaube 25 Euro. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon. Dann war es das schon wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir nochmal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, dann abonniert ihr sehr schön und Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine meiner Videos. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch in einem meiner nächsten Videos. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017